Mein Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Leech D2 im Erganglisten-Modus. Wir gehen als Burg rein. Und so bin ich ganz gut bedient, würde ich sagen. Sieht ganz gut aus. Ich brauche einen Pyrostort. Naja, vielleicht mache ich noch ein bisschen weiter hinter. Das klingt nach einem besseren Plan. Zack, geht los. Hast du Fiesta? Ja, hat er. Okay, ist nicht so schlimm. Fiesta schaffe ich super zu verteidigen. Ok, Sakura Blümer. Und Nimbus. Hier passiert erstmal nichts. Oh nein, Masken in Fiesta. Scheiße. Masken in Fiesta sind gar nicht gut. Und... ... ... ... ... ... ... Das war's für die Tür. komm leider hast du spät raus mal gucken habe ich vor garantiert was hingestellt haben nein hat er nicht das war ein fehler waren auch die ganz hinten hinzusetzen ja masken masken in fiesta unheimlich schlecht das war ein kino fährt Jetzt hat er eine Quale stehen. Ja, ich mach mal so, ich mach mal so. Er hat schön seine Blumen downen lassen. Ich hab die oft genug gespielt, um zu wissen, dass die, auch ob der 7 so oder so schwach ist. Das sollte auf jeden Fall für mich reichen. Die Blumen geht zu 100% down. Hat mir jetzt nichts geschickt. Wird dann was abgehen. Da hab ich schon mal ein bisschen den kleinen Lied rausgeholt. Das sind zwar nur kleine Einheiten aber... Manchmal sind sie schon wert. 20 nur. Da kommt noch was. Blumen geht wieder down. Ja, ich hab die oft genug gespielt, um zu wissen, was die Schwachstellen sind. Ja. 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 Ich hab' gewusst, dass da noch was kommt. Wie viel sind das? 3? Da sind 4. blumen guter fiesta guter fiesta liegt ein kleines teil mit mini leben was wir auf jeden fall auf 10 schicken wir können ruhig mal den aufwerten nächste runde dann hier zeus ja den weiß ich dass er da steht könnten wir eigentlich auch ganz gut auf den pyro machen hat wieder durch gelassen ich halte ihn mini klein damit er es gar nicht dazu kommt seine sakura blume groß zu machen doppelter zeus halbtraum am start sollte also reichen nur gold das ist immer gut oh ne kanone deswegen stehen die also im sechseck das war aber schnell vorbei dino kam raus eisige berührung kommt hier auf dem pyro drauf mr pyro am start und 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 Aber er konnte ja einen Baukuh noch nehmen, wir haben das schon geschickt. Naja, egal. Der hat es echt nicht leicht. Der hat es wirklich nicht leicht. Oger reinhauen und dann ist Schluss. Packnieder wäre auch noch geil. Aber Oger ist schon gut. What are you looking... So, jetzt hört man hier mal so ein bisschen auf. Können wir hierfür noch einen Albtraum platzieren. Der sorgt schon unter Level 1. Aber das ist nicht so schlimm. So, Packnieder rein. Haben wir noch Robo rein. Kann den Growl noch weg machen und die Kanonen ein bisschen unter Beschuss nehmen. Sollte reichen. Ja. Die Wurzelquallen sind halt zu schnell dauernd. Die sind halt mit halbem Leben nur da. Chancenlos. Alles weggeprügelt. Zack. Durch. Ende. Aufgegeben. Victory. Tja. Ich weiß einfach zu viel über dieser Koop-Blume. Es waren weitere Runde Liedchen. Schau doch gerne bei anderen Videos vorbei. Da habe ich super bald gespielt. Lass gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin. Entspannend Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.